Lanz und Precht Schönen guten Morgen, Richard. Schönen guten Morgen, Markus. Geht's dir gut? Ja, mir geht's ganz gut. Ziemlich entspannte Zeit. Ja, entspannte Zeit, findest du? Politisch vielleicht nicht, aber für mich jetzt eine Zeit mit etwas weniger Arbeit und das ist entspannt. Aber es gibt so viele Dinge, mit denen man sich jetzt beschäftigen müsste und auch muss. Geht dir das auch so? Ich habe so viele Themen im Kopf. Vor allen Dingen so viele unaufgeräumte Themen. So, das ist schon wieder so unordentlich zu Beginn des Jahres. Ist wahr, muss mal einer aufräumen. Naja, es ist immer, immer schwieriger, ein fein sortiertes Weltbild zu bekommen. Ja, womit beschäftigst du dich gerade so intensiv? Ja, im Augenblick beschäftige ich mich mit China. Mit China? Okay. Ja, ich mache meine nächste Sendung über China. Mit Frank Sieren, ein ganz großartiger, toller Gast. Und ich habe gerade sein Buch gelesen. Gutes Buch, kennst du das nicht? Ach, ich habe dermaßen viel gelernt. Ja, okay. Also das muss ich sagen. Ich meine, ich muss auch sagen, ich hatte über China sehr wenig Ahnung. Aber auch nicht nur an Fakten eben viel gelernt und viel gelernt über die chinesische Wirtschaft und das Verhältnis zu europäischen und amerikanischen. Und ich habe auch unglaublich viel darüber gelernt, was für ein merkwürdiges China-Bild wie Europäer eigentlich so haben und wie sich die Welt aus der Sicht der Chinesen darstellt und dass das eigentlich nicht zusammenkommt. Und das beschäftigt mich schon, weil man muss nicht so ein großer Prophet sein, um zu sagen, dass das 21. Jahrhundert weitgehend das chinesische Jahrhundert sein wird. Es sieht jedenfalls ziemlich viel danach aus. Und da richtig mit umzugehen, das ist eine gigantische Herausforderung. Und da kommen wir mit so einfachen Schablonen, mit denen wir China sehr häufig begegnen, auch nicht weiter. Ja, das ist wahr. Ich meine, wir tun uns so schwer mit dem Gedanken, dass wir nicht mehr das Sagen haben. Wir sind nicht mehr der Mittelpunkt der Welt. Jeder fünfte Erdenbewohner ist Chinese. Und aus chinesischer Perspektive ist Europa sowas wie ein ziemlich westliches Anhängsel Asiens. Genau. Und es ist ja eine europäische Macht mittlerweile, mit dem Aufkauf kritischer Infrastruktur, mit ganz vielen Kooperationen. Sie sind beim Hamburger Hafen demnächst mit drin. Ihnen gehört weitgehend der Hafen von Piraeus, den sie im Rekordtempo zum bedeutendsten Hafen Europas ausbauen. Sie machen Geschäfte sehr, sehr viel in Osteuropa. Sie haben große Geschäfte, was ich überhaupt nicht wusste, in der Ukraine gemacht. Genau. Ganz viele Investitionen in der Ukraine. Kasachstan auch so. Deswegen möchten die Chinesen nicht, dass die Russen den Krieg gewinnen. Und möchten nicht, dass der Westen den Krieg so gewinnt, dass die Ukraine quasi ihm gehört. Sondern sie wollen weiterhin ihr Standbein in der Ukraine behalten. Das sind alles Dinge, die ich vorher nicht gewusst habe. Ja, auch Kasachstan zum Beispiel. Wenn Russland so eine geschlagene Macht irgendwann möglicherweise ist, ein schwacher Player sozusagen. Was passiert dann? Die Chinesen werden irrsinnig davon profitieren. Denn heute, wenn du mit Kasachen sprichst, die erzählen dir das, wie das läuft. Also wie unglaublich viele chinesische Restaurants, Geschäfte in Almaty und anderswo mittlerweile da sind. Also das heißt, man übernimmt die schlicht und ergreifend mit wirtschaftlicher Power. Ja, so wie die Europäer das die letzten 200 Jahre überall in der Welt gemacht haben. Und jetzt machen die Chinesen das Gleiche, was wir immer gemacht haben. Und da ist nicht so einfach mit umzugehen. Also ich glaube, wenn man so 200 Jahre lang das Gefühl hat, man war der Mittelpunkt der Welt, wenn das auch nie gestimmt hat, aber man war es halt kraftmilitärischer und vor allem wirtschaftlicher Stärke. Und jetzt eben sieht, dass sich da ganz, ganz viel verändert. Und dass die, die immer draußen vor der Tür standen, jetzt auch mitten im Raum sind. Ich glaube, das ist ein gigantischer und auch sehr schwerer Umdenkungsprozess für unser Selbstverständnis. Ja, dieses, also was du da gerade thematisierst, Richard, und führt eigentlich direkt auch zu dem Thema, über das ich heute mit dir reden wollte, nämlich über das, was da an Silvester passiert ist, dieses Unbehagen. Das hast du offenbar mit Blick auf China auch, so ein Unbehagen. Ach ja, ich will nicht sagen, dass ich im Blick auf China, also ich kann ja schon den Gedanken nachvollziehen, dass ich sage, jetzt waren so lange die Amerikaner und die Europäer dran, also die Europäer seit 200 Jahren und die Amerikaner seit dem Zweiten Weltkrieg. Und warum soll denn ein erheblicher Anteil der Menschen in dieser Welt, die meisten Menschen leben ja in Asien, warum sollen die von den Segnungen ausgeschlossen sein und warum sollen die nicht auch mit über die Geschicke der Welt bestimmen? Also diesen Gedanken kann ich unter gerechtigkeitstheoretischen Gesichtspunkten völlig nachvollziehen. Aber ich glaube, dass es dieser Verlust des Selbstverständnisses, bin ich ja auch stolz auf die Aufklärung, auf unsere Werte und so weiter. Und jetzt sind wir mit anderen Wertesystemen konfrontiert. Und dieser Umgang damit, dass das erst einmal so ein Unbehagen ist bei der Vorstellung, dass irgendwann China vielleicht die Spielregeln in der Welt angibt, da ist ein gewisses Unbehagen, ist da auf jeden Fall da. So und jetzt harte Überleitung, Silvester, Richard, wie hast du das wahrgenommen? Würde mich wirklich interessieren. Also speziell Berlin, aber auch andere Städte, reden wir gleich noch im Einzelnen darüber, allein diese Szenen, also diese Einsatzwagen drin, besetzt mit freiwilligen Feuerwehrleuten. Freiwillig, das muss man nochmal unterstreichen. Das sind Menschen, die machen das, weil es ihnen offensichtlich ein Anliegen ist, anderen Leuten zu helfen. Die werden dafür nicht mal bezahlt. Erstmal ganz großartig, dass es solche Menschen gibt. Auch gibt, genau. Und ich frage mich immer, wie lange tun die sich das noch an? Werden an so einer Barrikade so brutal angegriffen, dass sie um ihr Leben fürchten? Ich habe den Einsatzbericht eines anderen, eines Polizeibeamten gelesen, der sich versteckt, auch interessant übrigens, in einem Dönerimbiss dann, weil er merkt, okay, wir haben keine Chance gegen die. Und der Imbissbesitzer erzählt, dieser Polizist hat vor meinen Augen gebrannt. Der hat so einen Böller direkt hinter seine Schutzweste bekommen. Der hat gebrannt. Und dann versuchen die dort, also der, über die jetzt so viel diskutiert wird, weil plötzlich haben wir wieder eine Migrationsdebatte. Der Migrant hilft dem möglicherweise auch migrantischen Polizisten, dabei dieses Feuer zu löschen. Und der beschreibt diese Situation, wir haben irgendwie kaltes Wasser genommen und haben versucht, irgendwie diese brennende Haut in irgendeiner Form zu kühlen. Das musst du dir vorstellen. Da wird ein Bus abgefackelt, da wird in ein Polizeiauto geschossen. 1.700 Einsätze listet allein die Berliner Feuerwehr auf. 38 Übergriffe auf ihre Leute, 15 davon verletzt. Die Zahl der verletzten Polizisten noch viel, viel höher. Und ich sage mal so, es gibt kein Problem, das man lösen könnte, ohne es auszusprechen. In Deutschland leben offenbar einige Menschen, die jeden Respekt vor diesem System verloren haben, falls sie ihn je hatten. So hat es Hassan Kassim dieser Tage ausgedrückt. Und die das jetzt, und das finde ich, ist die neue Qualität, die das erschreckend unerschrocken zeigen. Also, ich stimme dir bei allem, was du gesagt hast, zu. Sowohl bei der Betroffenheit, wie bei der Ungeheuerlichkeit, wie viele Menschen es gibt, die, und darüber müssen wir ja, über die Motive müssen wir ja noch länger versuchen nachzudenken, hier ohne mit der Wimper zu zucken, ganz offensichtlich, oder mit viel Spaß dabei, Straftaten gegen Unschuldige, gegen Helfer und so weiter begehen. Der einzige Punkt, wo ich nicht so sicher bin, dass du recht hast, ist, dass das neu ist. Also, ich bin ja ein bisschen älter als du, und ich kann mich daran erinnern, 1983, da ging in der Nachbarstadt Wuppertal, ich komme ja aus Solingen, etwas los, was nachher über 20 Jahre die Republik beschäftigt hat. Und das waren die Chaos-Tage. Ja, bei den Chaos-Tagen, da trafen sich die Punks, es gab sogar mal internationale Chaos-Tage, einzig und allein zu dem Zweck, Randale gegen die Polizei zu machen. Und die fanden dann nur die erste Zeit im Wuppertal statt, und dann fanden die, weil es da einen konkreten Anlass für gab, in Hannover statt. Und dann gab es manchmal tagelange Ausschreitungen, brutalster Art, zwischen Punks und Polizei. Ohne, dass es dafür jetzt irgendeinen ernstzunehmenden Anlass gegeben hätte, der irgendwie Gewaltexzesse rechtfertigt. Einfach auch aus Spaß an der Randale. Und das hatte noch ein viel größeres Ausmaß, als das, was jetzt hier in Berlin passiert ist, ohne das verhabenlosen zu wollen. Also ich glaube, dass überwiegend jüngere Menschen und überwiegend Männer einen großen Spaß daran haben, rücksichtslos, brutal und so weiter, gegen den Staat, gegen die Ordnungsmacht, gegen Polizisten vorzugehen. Das ist leider, leider nicht neu. Ich habe auch eben bewusst gesagt, die Dimensionen. Es stimmt, was du sagst, die Neuköllner Integrationsbeauftragte, Günter Balci, hat, glaube ich, im Spiegel irgendwo gesagt, da gibt es so einen simplen Reflex, der im Grunde dahinter steht. Und der Reflex ist, die sind vom Staat und wir sind gegen die. Und diese Tendenz, sagt sie, gibt es in allen Großstädten, das würde das untermauern, was du sagst, über Hamburg zum Beispiel, in dem Zusammenhang muss man auch mal sprechen. Und immer in diesen abgehängten Milieus, so drückt sie es aus, es gibt, sagt sie, das fand ich interessant, Subkulturen der Gescheiterten. Und was ihr Recht gibt, ist, wenn du zum Beispiel auch jetzt mit Blick auf dieses Jahr Silvester, ihr habt mir das wirklich mal genauer angeguckt, schaust, das gab es eigentlich in vielen Orten. Das gab es auch in Ostdeutschland, das gab es in Jahnstorf im Erzgebirge, das gab es in Thüringen, in Schmölln, da haben sie ein Toilettenhäuschen in die Luft gesprengt. In Saalfeld, an der Saale, wurden 40 Autos beschädigt, in Erfurt Schaden von 300.000 Euro. Dann Borna, sächsische Kreisstadt, da haben sich 200 Leute versammelt und haben versucht, da den Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz in Brand zu stecken. Und haben sogar die Stützkeile an diesem Baum entfernt, damit er kippt oder umfällt. Das ist völlig irre. Das ist geisteskrank. Und wenn du dir mal anschaust, Leipzig, Connewitz, die linksextremistischen Ausschreitungen zu Silvester, mittlerweile ist ja schon ein trauriges Ritual. In Görlitz wurden auch in dieser Silvesternacht Polizisten brutal attackiert. Das heißt, da gibt es tatsächlich offenbar so eine Subkultur der Gescheiterten. Und diese Gewalt, und das ist interessant, ist männlich. Ja. Zum allergrößten Teil. Ja. Und ich frage mich die ganze Zeit, bevor wir auch noch mal vielleicht genauer reingehen, woher kommt das? Woher kommt die Wut? Ohnmächtige fühlen sich für eine Nacht mächtig. Und Leute, die keinen Grund haben, besonders stolz auf sich zu sein, inszenieren etwas, worauf sie voreinander und vor sich selbst stolz sind. Es gibt eine Lust an der Gewalt. Es gibt eine richtige, ich meine, Lust an der Gewalt ist etwas, das gibt es quer durch die ganze Gesellschaft. Denn sonst würden nicht jeden Abend tausend Tote auf den deutschen Mattscheiben sterben. Dann wäre nicht Gewalt in Kinofilmen heute viel brutaler, als es vor 50 Jahren war. Also diese Lust an der Gewalt, die existiert. Aber jemand, der ein gutes Leben hat und viel zu verlieren hat, der überlegt sich dreimal, ob er irgendwo in irgendeiner Form auch nur ansatzweise gewalttätig wird. Der hat eine sehr hohe Hemmschwelle, im Regelfall jedenfalls. Nicht jeder, aber die meisten. Wenn du aber nichts zu verlieren hast, wenn es also keinen Grund gibt, das, was das Bürgertum anständig nennt, zu sein, dann ziehst du deinen Stolz genau umgekehrt daraus, dass du nicht dazu gehörst und dass du für eine kurze Zeit so diese Allmachts- oder Potenzfantasie in dem Moment, wir haben die zurückgeschlagen, wir haben der Polizei Angst gemacht, die haben Angst vor uns gemacht und dann trommelt man sich wie ein Gorilla auf die Brust und fühlt sich großartig. Und ich glaube, das ist sozusagen der Kick da dran. Und interessanterweise, die Deutschen haben ja eine interessante Gewaltgeschichte, was so Silvester anbelangt. Im Silvester lässt man ja sowieso die Sau raus und die einen auf die harmlosere Art und Weise und diejenigen, die Spaß in der Gewalt haben und nichts zu verlieren haben, eben auf eine härtere Art und Weise. Alles das, was ich jetzt hier mache, sind keine Entschuldigungen. Das sind nur Versuche einer Erklärung, was da in den Köpfen sich mutmaßlich abspielt. Also man weiß das ja von sich selbst auch noch, dass man so in der Zeit so 20, 21 oder so launiger oder fahrlässiger mit Dingen umgegangen ist. Und bei manchen Menschen, bei denen Gewalt das Lebensthema in dieser Hinsicht ist, ist das genau dasselbe. Man macht sich da keinen Kopf und keine Gedanken. Man ist da gefühlskeil gegenüber dem Polizisten, der da halb in Brand gesteckt worden ist und so weiter. Also das ist einerseits natürlich Verrohung, aber es ist auf der anderen Seite auch so ein Jux, der keine Empathie kennt. Also das wird selber als Jux empfunden. Die finden das lustig in dem Moment, wo sie das machen. Meinst du? Ja, ich glaube ja. Ich habe ja diese Bilder im Fernsehen gesehen von all denjenigen, die sich da noch gebrüstet haben damit und so weiter. Vor Kameras und so. Ja, und das ist dann so ein Rausch, der hält dann ein, zwei Tage an und dann ist er wieder weg. Was ja ganz interessant ist, Jugendkriminalität, Gewalt, geht ja statistisch zurück, ne? Ja, das ist interessant. Es geht ja auch insgesamt so der Alkoholismus in der Jugend zum Beispiel zurück. Ich glaube auch immer, es gibt eine Korrelation, wie viele Kinder werden von ihren Eltern geschlagen und wie hoch ist Jugendgewalt. Ich glaube, da gibt es einen direkten Zusammenhang. Ich glaube, ja. Also dadurch, dass Kinder heute nicht mehr geschlagen werden, also viele nicht mehr und dass sie weitgehend gewaltfrei in der Praxis aufwachsen, das hat eben zur Folge, dass sie im Regelfall auch weniger gewalttätig sind. Also wenn ich meinen Schulweg in den 70er Jahren entlang gegangen bin, dann war es selbst in einer Stadt wie Solingen gab es immer so ein gewisses Potenzial an Leuten, wo man auffassen musste, dass sie eigentlich aufmischten auf dem Hauseweg. So, jetzt gibt es natürlich in Deutschland immer noch genug Stadtteile, da ist das wahrscheinlich auch heute noch so. Es ist aber in Solingen nicht mehr so und es ist auch an sehr vielen anderen Orten fast nicht mehr so. Das heißt also, so diese alltägliche Gewalt, die ist weniger geworden. Ich habe in Köln in der Züppicher Straße gewohnt in den 80er Jahren, Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre. Also wie oft ist es gewesen, wenn man nachts um 12 oder um 1 über die Straße ging, dass da Leute mit Bierflaschen geworfen haben oder einen angepöbelt haben und so weiter. Das ist auch heute nicht die lustigste Straße in Köln, außer dem Karneval und da ist sie besonders gewalttätig übrigens. Aber das ist insgesamt nicht mehr geworden. Das ist tendenziell eher weniger geworden. Aber weißt du, was sich verändert hat? Die Erwartungshaltung hat sich verändert. Früher gehörte so ein gewisses Potenzial an Gewalt zu dem, was man leider in Kauf nehmen musste und heute denkt man sich, wie kann es sowas geben? Das heißt also, die Selbstverständlichkeit von Gewalt, und das ist ja eine gute Entwicklung, die ist geringer geworden. Und trotzdem hat Deutschland jetzt, und das ist das, was gerade ja auch so die Gemüter hochkochen lässt, Deutschland hat jetzt plötzlich mal wieder eine Migrationsdebatte. Also, ich habe es gerade gesagt, 33 verletzte Einsatzkräfte, allein in Berlin, 145 Täter. Tendenziell jung, männlich, 45 von ihnen mit deutscher Staatsangehörigkeit, ein Drittel Syrer und Afghanen, grob gesprochen. Ja, aber jetzt musst du zwei Zahlen auseinanderhalten. Das ist, glaube ich, für die Debatte ganz, ganz wichtig. Also, die Tagesschau hat sogar von 157 Festnahmen in der Silvesternacht wegen irgendwelcher Form von Gewaltdelikten gemeldet. Aber das, wovon wir vorhin geredet haben, diese gezielten Angriffe auf die Rettungskräfte, diese Aktion war eine Zahl von, ich glaube, 38. Und bei diesen 38, die diese Rettungskräfte angegriffen haben, da waren zwei Drittel Deutsche. Sodass man die beiden Zahlen auseinanderhalten muss. Also, die erste Zahl besagt, da ist der Migrantenanteil sehr hoch. Ja, es hat sehr viele gewaltbereite, gewalttätige Migranten in der Silvesternacht gegeben. Richtig. Aber bei diesem Beispiel, was du vorhin gesagt hast, da waren die Deutschen in der Mehrheit. Also Menschen mit deutschem Pass, meinst du? Das ist ja die Frage, um wie es gerade geht. wie das gezählt wird. Ich glaube, da gibt es aber keine. Also es heißt offiziell, zwei Drittel waren Deutsche unter 21 Jahren. Okay. Und das ist jetzt genau mein Punkt. Ich habe tatsächlich, ehrlich gesagt, ein noch viel größeres Unbehagen als mit dem, was da passiert ist. Was wirklich schlimm genug ist und ich will es in keinster Weise relativieren. Aber ein mindestens ebenso großes Unbehagen habe ich persönlich mit der Reaktion unseres Staates auf das, was da passiert ist. Also jetzt fangen wir an, diese Statistiken ganz genau. Mal sind es 38, dann 33, dann 45, dann haben so und so viele im deutschen Pass. Dann sind es aber Deutsche mit einem Migrationshintergrund. Dann sind es Ausländer, Syrer, Afghanen und so weiter. Jetzt fangen wir an sozusagen, dieses Zahlenspiel zu spielen und ich habe immer das Gefühl, das macht die Leute wahnsinnig wütend und mich verstört das auch, weil ich denke, ist das doch nicht unser Ernst, dass wir diese Debatte jetzt sozusagen anhand von fünf Zahlen führen, statt mal wirklich auf das grundsätzliche Bild zu gucken. Und ich sage jetzt mal einen Aspekt der Geschichte, von dem ich glaube, dass er die Menschen wirklich umtreibt. Nämlich die Frage, was war eigentlich die Reaktion des Staates auf das, was da passiert ist. Also nach meinem Kenntnisstand war der allergrößte Teil dieser 145, die da festgenommen worden sind, am nächsten Tag wieder raus. Und das ist genau das, was, glaube ich, die Leute zunehmend nicht mehr verstehen und sagen, pass auf. Ja, jetzt muss man nochmal sagen, also 145, bei über 100 davon wissen wir nicht, was die gemacht haben. Ja. Ja, die waren jetzt nicht an dieser Aktion, über die wir uns hier völlig zu Recht riesig aufregen, waren die ja nicht beteiligt. So, jetzt weiß ich nicht, warum die hochgenommen wurden, was die gemacht haben. Das müsste man im Einzelnen gucken und dann weiß man auch nicht, was passiert. Personalien aufgenommen und die Frage, wer wird da noch weiter strafrechtlich verfolgt oder nicht. Die spannende Frage ist, für mich ist dieser Kern, also was passiert mit diesen 38 Personen, die ja da diese freiwilligen Rettungskräfte in den Hinterhalt gelockt haben. Das ist die spannende Sache und da ist es natürlich völlig klar, ein Staat, der nicht in der Lage ist, seine Gesetzesmacht, die ja da ist, man muss ja gar nicht die Strafen verschärfen. Es geht ja im Zweifelsfall immer darum, dass man das Strafpotenzial einfach mal umsetzt und dass man es anwendet. Tja, genau. Deswegen ist das immer so billig zu sagen wie Söder oder so muss die Strafen verschärfen, das sagt man dann immer in so einer Situation. die Standardfloskel dieser Tage ist die mit der ganzen Härte des Gesetzes. Da werde ich immer sauer, weil ich denke, was soll denn die ganze Härte des Gesetzes sein? aus, was sonst immer nur ein Viertel des Gesetzes eingesetzt wird. Das ist übrigens tatsächlich wahrscheinlich sehr oft so. Das ist alles, also der andere kriegt einen Anwalt, dann zieht sich das ewig hin. Die Justiz braucht wahnsinnig viele Leute, die sich damit beschäftigen und so. Und da passiert natürlich, glaube ich, und das ist jedenfalls, ich bin ja jetzt kein Justizbeamter, aber dass dann sehr häufig die Dinge im Zweifelsfall eher lax angegangen werden. Das könnte durchaus sein. Und hier ist dann einfach die Forderung, dass das jetzt nicht passiert. Ja, aber schwierig, oder? Also das ist das, wo Leute das Gefühl haben, da funktioniert der Staat einfach nicht mehr. Richtig. Und umgekehrt, diejenigen, die Randale machen, denken, der Staat ist kein ernstzunehmender Gegner. Genau. Vor dem muss man keinen Respekt haben, der kann sich sowieso nicht richtig helfen. Und jetzt mal die Zahlen dazu. Also Friedrich-Ebert-Stiftung, Untersuchung, also es gibt viele Studien zu dem Thema, aber die jüngste, 53 Prozent der Deutschen, also über die Hälfte, ist unzufrieden mit dem Funktionieren dieser Demokratie. Und wenn man die Leute fragt, ob sie das Gefühl haben, Politiker kümmern sich um die Sorgen von Menschen wie ihnen, dann sagen, Achtung, drei Viertel, ja, 75 Prozent fast, sagen nein. Das heißt, ein Drittel traut noch der Justiz oder der Politik und der ganze Rest sagt, nee, weißt du was, auf die kann ich mich nicht verlassen. Wenn ich die brauche, sind die schlicht und ergreifend entweder nicht da oder sie sind hilflos. Und über die, die es betrifft, haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Wenn du Gespräche führst, mach das manchmal so mit Streifenpolizisten, die so treffe, beim Joggen oder so. Wenn du mit diesen Leuten sprichst, die da ihren Rücken hinhalten, die teilweise abgefackelt und angegriffen sind, die haben einen Frust, das ist unvorstellbar und man hat das Gefühl, es ist jetzt wenigstens schon mal ein Fortschritt, dass man einfach mal klar benennt, wer diese Leute sind und auch nicht versucht zu verwässern, dass es das Thema überhaupt gibt und sagt, naja, gab es immer und ist ja kein neues Phänomen. Doch, in der Qualität, finde ich, ist es ein absolut neues Phänomen. Aber nochmal, Markus, es ist doch egal, ob das Phänomen neu ist. Ich glaube, die Qualität der Gewalt war vorher schon da. Aber es kann doch sein, dass wir sagen, wir sind da früher zu Lachs mit umgegangen und egal, ob neu oder nicht neu, das lassen wir uns in dieser Form nicht mehr gefallen. Das würde ja bereits ausreichen. Also da musst du nicht in die Beweislast treten, dass das neu ist. Ja, weil also Jugendkrawalle und auch massive Gewalt gegen Polizei ist so alt wie die Geschichte der Bundesrepublik. Also rein statistisch ist es ja offensichtlich so gewesen, dass die meisten Gewaltdelikte durch Jugendlichen in den späten 50er Jahren waren. Was sich ja heute kaum einer vorstellen kann. Da muss man schon noch den alten Buchholzfilm der Halbstarken vor Augen haben. Und damals war die Gewalt also einer Nachkriegsjugend, die die harte Zeit nach dem Krieg und auch diese Ordnungslosigkeit der späten 40er Jahre erlebt hatte, da hat es ja erst mal sehr viel mehr Armut gegeben und auch sehr viel mehr Verrohrung. Und da gab es auch brutalste Auseinandersetzungen. Also deswegen geht es mir eigentlich nicht darum, ob das Phänomen neu ist, sondern wir können einfach sagen, wir wollen uns das in der heutigen Zeit auf die bisherige Art und Weise nicht mehr mieten lassen. Das kann man ja ganz klar sagen, ohne dass das deswegen neu sein muss. Und die Debatte, die da natürlich auch entsteht ist, und das ist das, was mir immer auffällt bei solchen Diskussionen in Deutschland. Also was festzustellen ist, und ich bin froh darüber, dass wir endlich mal erwachsen genug und in der Lage dazu sind, das dann auch einfach mal auszusprechen, zu sagen, ein großer Teil derer, die dort involviert waren, sind junge Männer mit Migrationshintergrund, die ganz offensichtlich diesen deutschen Staat verachten. Ich weiß schon, während ich das sage, schreiben jetzt schon wieder die Ersten und sagen, ich sei ein Rassist. Und was mir immer wieder auffällt ist, es wird dann sozusagen von der konservativen Seite wird das Thema dann gekapert und dann nimmt man das und schreit dann auf und sagt, guck mal, wir haben es doch immer gewusst und diese ganze linksliberale Einwanderungspolitik, das geht so nicht weiter. Und von der anderen Seite kommt immer wieder dieses dröhnende Schweigen, weil sozusagen nicht sein darf, weil das nicht sein darf. Ja, genau. Ja, also ich meine, beide Seiten machen es sich zu leicht. Also die Linken machen es sich zu leicht, weil sie grundsätzlich Angst davor haben, in irgendeiner Form etwas zu sagen, was ihnen als rassistisch ausgelegt werden kann. Und da ist die Spanne, wo das anfängt, sehr groß. Außerdem müsste man sich dann verfehlte Integrationspolitik vorwerfen lassen, was deswegen immer ein bisschen komisch ist, als dass es ja nicht so ist, als ob die Linken immer alleine dieses Land regiert hätten. Also die ganze Migrations- und Integrationspolitik der letzten 50 Jahre haben die Konservativen mindestens genauso zu verantworten wie die Linken. Da gibt es ja gar keinen Unterschied. Aber immer wenn Delikte passieren, wird es den Linken in die Schuhe geschoben und die Linken trauen sich eben auch nicht, klare Kante zu zeigen und Straftäter dann zu benennen und sagen, das waren Migranten. Warum ist das so schwer, Richard? Sagen wir das mal. Warum ist es so schwer? Weil das dem Menschenbild der Linken irgendwo widerspricht. Aber das kann doch nicht sein. Man muss doch in der Lage sein, Dinge klar auszusprechen. Es kann doch nicht sein, dass wir nicht in der Lage sind, klar zu thematisieren, worum es da geht. Das ist doch genau das sozusagen, was dann dazu führt, dass man Leuten von der AfD und anderen dann den Diskurs überlässt. Das geht doch nicht. Also in der richtig ganz alten, klassisch linken Debatte, die ich ja noch relativ gut aus meiner Jugend und so weiter kenne, da ist das natürlich so, dass alles Böse in der Welt kommt vom Kapitalismus. Und die Menschen werden nur gegeneinander aufgehetzt und eigentlich sind sie alle gut und lieb und wollen im Frieden miteinander klarkommen. Und wenn es Ausländerfeindlichkeit gibt, dann ist es, weil sozusagen das böse kapitalistische System den Arbeiter auf seinen Kollegen hetzt, der anders aussieht als er. Das ist sozusagen die Grundierung dieser Moralvorstellung. Der ideologische Unterbau. Dass sozusagen jedes Anprangern von Fehlverhalten ausländischer Mitbürger einfach nur im Dienste der Herrschenden ist. So, das ist sozusagen das ganz alte, klassische linke Bild. Und aus dem hat sie sich nie so weit befreit, dass sie zu differenzierteren Urteilen gekommen ist. Und bei den Konservativen, die ja selber, wie gesagt, für die Migrations- und Integrationspolitik der letzten Jahrzehnte verantwortlich sind, es ist immer noch dieses alte Unbehagen aus der Adenauer Zeit, das anfing, als die ersten Italiener kamen und als Spaghetti-Fresser beschimpft wurden und die ersten Türken kamen und nicht integriert werden sollten in die Gesellschaft, weil man ja wollte, dass die, wenn das Arbeitskräfteproblem gelöst ist, möglichst bald wieder nach Hause fahren. Also wir haben sozusagen auf beiden Seiten, haben wir eine ganz alte emotionale und strukturelle Wurzel. Verstehe ich. Und die treffen dann immer so aufeinander, als würde man nicht in Wahrheit gemeinsam miteinander für all die politischen Dinge verantwortlich sein, die wir heute erleben. Aber nochmal, man muss es doch kritisieren können, wenn sich jemand daneben benimmt und zwar ganz unabhängig von der Herkunft. Ich bin auf deiner Seite. Das tun die Linken aber nicht. Das kommt da nicht. Ja, ich weiß, dass das so ist. Ich habe es ja gerade versucht zu erklären, warum das so ist. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich die Sichtweise teile. Ich versuche einfach nur zu erklären, wo sie herkommt. Aber das ist natürlich ein Teil dieser, ein Teil davon sind diese Umfrageergebnisse, die ich gerade zitiert habe, dass die Leute sagen, weißt du was, man kann denen eh nicht glauben, man kann denen nicht trauen, man kann diesen Statistiken nicht trauen, die reden sich das jetzt wieder zurecht und so weiter. Man hat sofort das Gefühl, in dem Moment, wo du irgendetwas sagst, kommt sofort die Rassismuskeule und dann ist die Debatte vorbei. Ja, also es ist doch, man kann das doch ganz nüchtern und logisch betrachten und kann sagen, die sogenannten abgehängten Schichten in der Gesellschaft, wer gehört dazu? Und da muss man einfach sagen, war früher die Anzahl der Deutschen größer und heute ist die Anzahl derjenigen mit Migrationshintergrund, die zu den sogenannten abgehängten Schichten gehören, deutlich größer. Und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass wenn solche randale Aktionen passieren oder Gewalttaten oder sowas, es häufiger überproportional hohen Bestandteil von Migranten dabei gibt. Das ist doch eine ganz logische Erklärung dafür. Dann muss ich das nicht erklären aus irgendeinem Naturell oder sagen, der Ausländer ist so oder der Migrant ist so, sondern kann ich ganz einfach sagen, guck dir die Lebensumstände an, in denen die Leute, die Krawall machen, leben. Und dann guck dir an, wie viele Deutsche leben unter solchen Lebensumständen und wie viele Leute mit Migrationshintergrund. Und das wiederum muss sehr sorgfältig abgegrenzt werden davon, dass man guckt, wie viele Menschen mit Migrationshintergrund haben sich hervorragend und friedlich in diese Gesellschaft integriert, was ja der sehr viel größere Teil ist. Definitiv. Und das nimmt natürlich dann solchen Menschen wie AfD-Politiker den Wind aus den Seelen, die versuchen, eine soziale Frage zu ethnisieren. Ja, was interessant ist, ist, dass es viele Migranten, ich habe gerade heute Morgen mit einer Muslima, die ich gut kenne, länger darüber gesprochen, die sind entsetzt darüber. Die sind absolut entsetzt darüber, wie sich diese Typen benehmen. Die sagen, das kann doch nicht sein. Und die zweite Frage ist immer, warum lässt sich der deutsche Staat das gefallen? Warum lasst ihr euch das gefallen? Weil er Personalmangel hat, würde ich mal als allererstes sagen. Weil Polizisten heute anders sozialisiert sind als Polizisten vor 50 Jahren. Also, weil Polizisten heute ebenfalls weniger Gewalt anwenden könnten, als sie das früher waren, in einer Gesellschaft, die Gewaltanwendung grundsätzlich sehr, sehr viel skeptischer sieht, auch von Seiten der Staatsmacht als früher. Das heißt, die Polizei darf nicht mehr so, wie sie früher mal durfte. Großer Unterschied. Deutsche Polizei ist nicht amerikanische Polizei. Das hat auch seine Vorteile, wie wir wissen. Und dann ist das personell wahnsinnig unterbesetzt. Genauso wie die Justiz wahnsinnig unterbesetzt ist, weil in einem der reichsten Länder der Welt für all diese Dinge kein Geld da ist. und weil sich egal, wer regiert, egal ob Konservative und Sozialdemokraten, Grüne und so weiter, daran offensichtlich nie irgendwas ändert. Weil dieses Problem haben wir nun schon seit mindestens zwei Jahrzehnten, wenn nicht noch länger. Ja, also, es ist auch ganz interessant, wie Leute wie zum Beispiel Herbert Reul, CDU-Innenminister in NRW, der seit Jahren sehr erfolgreich, würde ich sagen, gegen Clan-Kriminalität vorgeht, der sagt, das ist nicht nur ein Migrationsproblem, sondern da reden wir eigentlich, sagte Serhat Güler dieser Tage auch, da geht es weniger um misslungene Integration, da geht es eigentlich um Sozialisation, die da schiefgelaufen ist. Das ist der entscheidende Satz. Also, tatsächlich ist das Hauptproblem misslungene Sozialisation. Menschen, die keine Schulabschlüsse machen. Ich meine, das ist ja auch ein Thema, was wir sehr viel diskutiert haben. Natürlich müsste jedes Kind, das in Deutschland eine Grundschule besucht, Deutsch können. auch völlig im eigenen Interesse. Also, wenn ich schon im Kindergarten abgehängt bin, weil meine Deutschkenntnisse nicht ausreichen, wenn ich schon ins erste Schuljahr eingeschult werde und kaum Deutsch kann, dann habe ich von sehr wenigen, meistens Mädchen abgesehen, eigentlich keine richtige Chance, nachher den Weg zu gehen, den ich mir vorgenommen habe oder der zu einer gelungenen Integration führt. Und wir schaffen das doch noch bis heute nicht, dass jedes Kind mit Migrationshintergrund im Kindergarten vernünftig Deutsch bleibt. Nicht mal das schaffen wir, was ja schon mal eine ganz, ganz wichtige Grundlage wäre. Auch dafür ist in diesem reichen Land kein Geld da. Aber mir greift das zu kurz, Richard. Weißt du, was da mitschwingt, ist immer genau dieser Sound, der Staat liefert da nicht an dem Punkt. Mir ist das zu einfach. Die Muslima, die ich gerade zitiert habe, die sagte heute Morgen zu mir, pass auf, über Hamburg wird gar nicht geredet, Silvester. Da gab es auch, meine Kinder waren draußen und es war furchtbar. Sie sagt, ja, lebt hier in Hamburg, ihre Kinder sind hier geboren. Die sagt, das war furchtbar. Und ich sagte, wer war das denn? Und die sagt zu mir, Markus, das waren alles Ausländer, das waren alles unsere Leute, ein, zwei Prozent Deutsche. Und die verstehen nicht, warum die sich hier so benehmen. Ich habe ja versucht, vorhin ein paar Begründungen dafür zu geben, warum die sich so benehmen. Die Frage, Richard, ist ja, ja, ich verstehe das, man hat nicht das Gefühl, Teil dieser Gesellschaft zu sein. Das ist sicherlich in Teilen auch das Ergebnis einer verhebten Bildungs- Also viel mehr bei Männern als bei Frauen. Ja, genau. Genau, was ich damals auch immer wieder gehört habe. Und das leuchtet mir zum Beispiel als Argument völlig ein, wenn du aus so einer patriarchalischen Welt kommst in Afghanistan oder Syrien, wo der Mann das Sagen hat. Dann kommst du in dieses Land und erlebst dich selber plötzlich als total schwach. Der Typ, der gerade eben noch zu Hause der uneingeschränkte Herrscher war, genau, dem Frauen zu Diensten zu sein haben und so weiter, der lebt sich plötzlich selber als total schwach. Der befindet sich als entwertet. Entwertet. Und er lebt dann, dass seine kleine Schwester sich die Unverschämtheit erlaubt, ja, an der Schule, am Gymnasium ihren Weg zu gehen, vielleicht sogar Karriere zu machen, erfolgreich zu sein. Der fühlt sich entwertet. Aber, Richard, es tut mir leid, wenn du in diesem Land nicht in der Lage bist, zu verstehen, welche gigantischen Chancen du in diesem Land hast und deine einzige Antwort darauf ist, dann mit Gewalt zu reagieren und Böller auf Polizisten zu schießen oder mit Schreckschusspistolen. Ja gut, das machst du nicht das ganze Jahr. Nein, nein, aber die Verachtung hast du das ganze Jahr. Die Verachtung hast du, das ist ja eine Lebenshaltung. Und ich habe letzte Nacht lange in dem kommenden Buch von Hamid Abdel-Samad gelesen, den ich sehr schätze. Ja. Ein schlauer Mann, der unter Polizeischutz lebt, wie du weißt, weil er immer wieder kritisch auch über den Islam spricht und so weiter und ich habe ihn dann angeschrieben und habe ihm gratuliert zu diesem wirklich guten Buch. Das kommt jetzt in diesen Tagen. Und der sagte in einem Interview dieser Tage, das Problem sind diese jungen Männer, die diesen deutschen Staat verachten und er glaubt, dass die Ereignisse in Berlin nur die Spitze des Eisberges sind. Er sagt, da schlummert noch ein ganz anderes Wutpotenzial. Er sagt, wir haben ein grundsätzliches Problem. Da gibt es einen Hass gegen dieses Land und der wird sozusagen immer weiter angefeuert. Und er sagt, das hat auch tatsächlich mit einem falschen Islamverständnis zu tun. Und ich fand das deswegen bemerkenswert, weil das von ihm kommt. Ich meine, er ist Ägypter und ich persönlich bin jemand, ich habe viele, viele Muslime getroffen im Laufe von Dreharbeiten, auch in Deutschland immer wieder und ich mag die, weil ich Leute, die ein klares Wertesystem haben, prinzipiell mag. Deswegen mag ich auch Christen, wenn sie nicht fundamentalistisch werden und ich mag eben genauso Muslime, wenn sie nicht fundamentalistisch werden. Aber er sagt eben, wir haben in Teilen die Kontrolle abgegeben über das, was zum Beispiel in deutschen Koranschulen gelehrt wird. Und du findest darin eine Zahl, die hat mich, hat mich wirklich, war ich plötzlich hellwach, als ich das gelesen habe. Schätzt mal, wie viele Koranschulen gibt es hier in Deutschland? Ich habe nicht die geringste Ahnung. 2000. Okay. Und ungefähr die Hälfte der hier lebenden muslimischen Schüler besucht, neben dem normalen Schulunterricht, auch diese Koranschulen. Okay, jetzt verstehe ich nicht viel von Koranschulen. Was lernt man da? Das ist genau sein Thema. Er sagt, er wird von Islamverbänden geleitet, die sich weitgehend staatlicher Kontrolle unterziehen. Und diese Indoktrinierung trägt natürlich auch Früchte. Und er sagt, deswegen nimmt religiöses Mobbing an Schulen zu. Daher kommt auch diese Verachtung für alles Westliche. Daher kommt auch die Verachtung für diesen Staat. Und richtig bitter wird es, finde ich, wenn du weißt. Und das finde ich sehr interessant. Und das passt total zu dem, was ich auch so erlebe im Alltag. Ich habe dir gerade beschrieben, wie ich Muslime und Muslime, wie ich die wahrnehme, ja, im Alltag. freundliche, nette, zuvorkommende Menschen. Gerade mal 15 Prozent der hier lebenden Muslime in diesem Land sind überhaupt organisiert in diesen Islamverbänden. Ich hätte gedacht, das wären noch weniger. Das heißt, wenn die auftreten, wenn die von der türkischen Religionsbehörde gesteuert werden und so weiter, wenn die in der Öffentlichkeit sprechen, dann sprechen die nicht für den Großteil der hier lebenden Muslime. Aber die Wahrnehmung ist natürlich eine völlig andere und das diskreditiert sozusagen alle anderen, die mit dem, was da passiert ist, mit dieser Verachtung für den Staat nichts zu tun haben. Das ist bitter. Aber was könnten die anderen denn dagegen tun? Naja, also ich glaube, die bräuchten erstmal eine Stimme. Ich glaube, wir reden teilweise mit den völlig falschen Leuten. Ich glaube, wir hören diesen Leuten viel zu viel zu. Ich glaube, wir müssen die Kontrolle über diese Koranschulen und über das, was da sonst passiert. Wir müssen dringend die Kontrolle darüber zurückgewinnen und wir müssen all den friedfertigen und gut integrierten Menschen in diesem Land und das ist ja wirklich der Großteil. Ich meine, das Bittere ist ja, das Bittere ist doch, dass es jetzt wieder so wirkt, als wäre die Integrationsgeschichte in Deutschland eine Geschichte des Scheiterns. Das ist sie aber in Wahrheit nicht. Also erstmal müssen wir ja sagen, guck mal, bei dem Polizeibericht, von dem wir ursprünglich ausgegangen sind, mit den 38 Personen, die diese Rettungskräfte in den Hinterhalt gelockt haben. Davon waren die allermeisten unter 21. Da müssen wir doch sagen, das kann ja auch eine Phase sein, oder? Ich meine nicht, dass ich es deswegen toleriere, das ist eine andere Frage, aber dass es eine Phase ist. Also sozusagen ein radikales, bösartiges sich ausprobieren. Das macht es nicht harmloser. Nee, finde ich auch. Ja, das macht es schlimm genug. Ich finde ja. Aber sagen wir mal, wenn die gleichen Leute mit 40 noch die gleiche Wut im Bauch haben, dann wird es richtig gefährlich. Genau, davon gab es nicht viele. Wenn die jetzt rumspinnen zwischen 17 und 23, dann würde man sagen, ist das Problem etwas kleiner, als wenn ich sagen würde, hier wird ein Hass gezüchtet, der fürs halbe Leben reicht. Das sind Dinge, die müsste man unterscheiden. Also dass die, die diese Rettungskräfte da in den Hinterhalt gelockt haben, also diese jugendlichen Spinner, diese jugendlichen Spinner, ist mir zu harmlos, Richard. Rücksichtslos, ist mir zu harmlos. Spinner ist harmlos, Richard. Das finde ich reicht nicht. Das sind keine Spinner. Wenn man unter 21 ist und solche Dinge macht, kann man im Zweifel zwar eher ein Spinner sein, als wenn man in unserem Alter sowas macht. Aber dann ist man ein echt krimineller Spinner. Wenn man in unserem Alter sowas macht, ist man ein durch und durch krimineller Sack. Aber wenn man sowas mit 19 oder mit 18 macht, ist man auch ein durch und durch krimineller Sack. Absolut. Ja, aber man hat kein Bewusstsein davon. Das ist der Unterschied. Doch, Richard, komm. Überleg mal, wie du mit 18, 19 warst. Da haben wir doch angefangen, über die Dinge wirklich nachzudenken. Sorry, tut mir leid. Ja, aber man hat auch viel Scheiß gemacht, über den man nicht zu Ende nachgedacht hat. Da hast du dich auf Polizisten geschossen. Nein, natürlich nicht. Das meine ich doch. Scheiß machen ist das eine. Aber billigend in Kauf nehmen, dass Menschen schwer verletzt werden, die nochmal da sind, um anderen zu helfen, das ist eine andere Dimension. Ich bin auf deiner Seite. Ich unterscheide zwei Sachen. Ich halte das für gefährliche Straftaten, genau wie du. Aber ich versuche mir zu erklären, was geht in den Köpfen von 18, 19, 20-Jährigen ab, die so einen Mist machen. Und da denke ich, dass das jetzt nicht unbedingt zu Ende geplante Straftaten von durch und durch kriminellen Naturen sind, sondern dass das auch greift, was ich am Anfang gesagt habe. Da macht sich jemand einen teuflischen Jux, ohne zu merken, dass das überhaupt kein Jux ist, sondern dass das gefährliche Straftaten sind. Das ist ein bisschen mein Verdacht. Es wäre etwas anderes, wenn ich sage, dahinter steht eine Ideologie, dahinter steht religiöser Fanatismus und so weiter. Aber dafür haben wir in diesem Fall, soweit ich das bisher weiß, keine Indizien. Nee. Also hier scheint der Spaß an bösartiger Randale doch im Mittelpunkt zu stehen. Ich weiß es nicht. Also wenn du hörst, ich meine, es gibt ja auch immer wieder die große Debatte, auch für uns Medien, immer wieder schwierig. Also nennst du das Herkunftsland oder nennst du es nicht? Sagst du, mit wem du es da zu tun hast oder sagst du es nicht? Jetzt auch der Antrag der CDU zu sagen, okay, von denen mit deutscher Staatsbürgerschaft hätten wir jetzt gerne mal die Vornamen. Das empfinde ich auch als etwas, wo ich sage, puh, das ist grenzwertig jetzt mal. Also grundsätzlich finde ich es richtig und da bin ich gegen die klassische Sichtweise der Linken, dass das gesagt wird. Die Linken haben immer gesagt, das sind alles Menschen. Ich bin dafür, dass das gesagt wird und zwar schon aus dem einfachen Grund, damit es die AfD nicht sagt. Ja, ist richtig. Das wäre ja, was darüber rauskommt. Dann heißt es ja, das wird offiziell verschleiert und verheimlicht und das wird gedeckt und so weiter und wir ermitteln das jetzt und wir kriegen dann die Wahrheit raus. So, wenn das also sowieso rausgefunden wird, dann kann man es auch gleich von staatlicher Seite aus sagen. Ja, du weißt, ob man jetzt den ganzen Vornamen preisgeben muss, weiß ich nicht so genau. Bei der Kölner Silvesternacht war es ja eindeutig, da waren auf der Domplatte, die an den Straftaten beteiligt waren, ja fast keine Deutschen. Also hier war der Fall ganz, ganz eindeutig, viel eindeutiger, als er hier ist. Wir haben ja offenkundig ein Problem, Kölner Silvesternacht und da ist es jetzt die Verachtung für den Staat ganz generell. Wir haben offenkundig ein Problem mit jungen Männern, die ein echt problematisches Frauen- und Weltbild mit sich rumtragen. Ohne Zweifel. Die Frage ist die nach der Konsequenz, Richard. Was würdest du sagen, jemand, wenn du jetzt hörst, ein Drittel Syrer und Afghanen, beides hochproblematische Länder, abschieben oder nicht? Ach, du stellst mir schwierige Fragen. Ich glaube, das kann man doch nicht pauschal beantworten. Also die Frage wäre doch jetzt im Einzelfall, was wird demjenigen, über den wir hier reden, zur Last gelegt, oder? Dass er irgendwo dabei war oder dass er ganz konkret jemanden verletzt, ob er jemanden verletzt, jemanden getötet, jemanden vergewaltigt oder ob er ein Handy geklaut hat. Das sind ja alles unterschiedliche Dinge. Da gucken wir bei jedem Bio-Deutschen ganz, ganz genau darauf hin und sagen, da liegen Lichtjahre zwischen. Und die Frage ist, sind das äußerste Gewalttaten, die da begangen waren? Nur davon rede ich, Richard, davon rede ich. Also äußerste Gewalttaten wäre im Zweifelsfall jemanden umzubringen oder tatsächlich eine Vergewaltigung oder Körperverletzung mit Todesfolgen oder solche Dinge. Da bin ich tendenziell für Abschiebungen. Auch in ein problematisches Land wie Afghanistan. Tja, ich bin froh, ich sage mal als erstes, ich bin froh, dass ich das nicht zur Entscheidung habe. und b ist es ja eine Entscheidung, die letztlich die Justiz fällen muss, oder? Ich meine, nochmal, Richard, die Frage nach der Konsequenz. Du buchtest die Leute ein und am nächsten Tag sind sie wieder draußen und dann beginnt diese Mühle und mühsame Strafverfahren und so weiter. Das dauert ewig. Das heißt, bis der die Folgen seines Handelns zu spüren bekommt, ist im Zweifel so viel Zeit vergangen, dass er schon gar nicht mehr weiß, was er eigentlich gemacht hat. Also wenn ein Jahr dazwischen liegt, dann wird im Kopf jedenfalls nicht mehr der enge Konnex hergestellt, zwischen dem, was man getan hat und der Strafe. Dann denkt man nur, der blöde Staat will mich ärgern und jetzt muss ich schon wieder dahin und wieso fragen ich mich noch mal? Genau, da gibt es ja dieses Neuköllner Modell. Kirsten Heisig, die leider verstorbene Richterin. Richtig. Und die ja vorgeschlagen hat, dass man diese Verfahren enorm verkürzt. Die es auch so gemacht hat. Unmittelbar, ja, und dass unmittelbar die Strafe spürbar ist, das hat ja auch einen hohen Abschreckungscharakter für die Kameraden. Ja, genau. Wenn man sofort sieht, was passiert. Richtig. Ja. Also es ist natürlich immer so eine komplizierte juristische Frage, wie stark kann man sowas tatsächlich verkürzen, ohne dass der Rechtsstaat karnevalisiert wird. Aber im Prinzip sind die schnellen Verfahren etwas Wichtiges. Ja, sozusagen unmittelbare Reaktion darauf. Nur so kannst du doch als Staat auch als, wie soll man sagen, gelassen, souverän, stark auftreten. Das ist doch das, was du machen musst. So erleben die den Staat als völlig schwach. Ich weiß noch, ich habe mal mit jemandem aus Berlin darüber gesprochen, auch in der Sendung, der sagte, der ist heute Streetworker und war aber selbst mal völlig auf der schiefen Bahn unterwegs, netter Mann, der sagte, weißt du, in meiner Jugend war das so, ich habe dann irgendwelchen Scheiß gebaut und dann bin ich kurz festgenommen worden und dann hatte die Berliner Polizei diesen tollen Service, die haben mich dann am nächsten Morgen immer wieder nach Hause zu meinen Eltern gefahren. So habe ich die wahrgenommen. Ja, und das sind ja dann häufig auch Jugendliche, die ihre Kindheit vielleicht in Afghanistan oder in Syrien verbracht haben und die dann natürlich eine andere Art von Staat kennengelernt haben. In Afghanistan überhaupt keinen. So. Es überhaupt keinen funktionierenden Staat gibt, dafür aber ein irrsinniges Ausmaß an Gewalt, Warlords und so weiter, tausend ungeschriebene Gesetze, an die man sich halten muss und wo man härteste körperliche Konsequenzen spüren muss und in Syrien eine Diktatur. Das ist richtig. Und das ist das, was man quasi in seinen Knochen hat und auch was die Eltern kennen und so weiter. Und dann kommt man nach Deutschland und hat dann in Relation das Gefühl, dass man machen kann, was man will. So. So, aber auch hier müssen wir dazu sagen, ja, 90 Prozent oder noch mehr Syrer, die in dieses Land kommen, die sehen das anders. Ja, die sind wunderbar integriert in dieses Land. Ja, und ärgern sich darüber, dass der Staat das zulässt. Das muss man immer wieder sagen. Wirklich, ich habe so viele, einer meiner engsten Freund ist Marokkaner, ist Arzt, ja, liebe Grüße, der, der, der sagt das auch. Er sagt, das ist, das ist unglaublich. Warum, warum lasst die euch das gefallen? Versteht es nicht? Ja, also die schämen sich für ihre Landsleute, weil sie ja natürlich das Image maßgeblich bestimmen. Die verhaltensauffällig werden, bestimmen das Image. Ja, die sich wunderbar angepasst und integriert sind und Stützen dieser Gesellschaft sind, bestimmen leider das Image nicht. Weißt du, was interessant ist? Hassan Kassim, ne? Den, ähm, wir in dieser Woche in der Sendung hatten und den ich sehr schätze, weil er auch dann einen sehr, sehr differenzierten Blick drauf hat. Der sagt, wir müssen darüber reden. Wir können das nicht einfach alles wegschweigen und sagen, nee, das hat mit Herkunft und so weiter nichts zu tun. Und der sagte, dieser Tage einen Satz, und da habe ich aufgehorcht, muss man jeden aufnehmen, der Asyl sagt, darüber darf man streiten. Wenn wir eben nicht jeden auf, der Asyl sagt. Wenn wir jeden aufnehmen würden, der Asyl sagt, hätten wir noch sehr, sehr viel mehr Menschen aus anderen Ländern. Ja, aber jemand, der es an die deutsche Grenze schafft und sagt, ich brauche Asyl, dem gewähren wir erstmal Asyl. Das ist ja so. Das wird überprüft. Das wird überprüft, ja genau. Aber erstmal ist er da und in aller Regel bleibt er auch da. Und der sagt, was ich den Gedanken darüber fand, ich interessant. Der sagt, ich kann einerseits das Unbehagen darüber verstehen, die Aufnahme von Menschen in Not an Bedingungen zu knüpfen. Finde ich interessant. Sagt aber auch, ich empfinde aber andererseits auch Unbehagen, Anhänger von Diktatoren und Menschen mit autoritärem Weltbild aufzunehmen. Also wenn Leute kommen, die ganz offensichtlich mit den Taliban sympathisieren, ist das schwierig. Ja, eigentlich müsste das alles, ich meine, das ist relativ einfach. Die Antwort wäre, das müsste alles in aller Ruhe geprüft werden. So. Und A ist alle Ruhe in dem Fall meistens nicht da und B fällt an allen Ecken und Enden das Personal, um das in aller Gründlichkeit zu überprüfen. Da kommt der Staat an seine Grenzen. Er kann das nicht. Also das, was er eigentlich tun müsste, kann er gar nicht. Nicht mit dem Personal, was er hat. Das sind ja viel zu wenige Menschen, die das überprüfen. Das ist ja alles viel zu kompliziert. Internationale Zusammenarbeit mit den Ländern funktioniert nicht, aus denen die Menschen kommen. Du weißt nicht, ob der Pass, den er dir vorzeigt, seiner ist und so weiter und so weiter. Das ist natürlich eine wahnsinnig komplizierte Problematik. Ist es ja, aber nichtsdestoweniger werden wir Antworten geben müssen. Wir werden Antworten geben müssen, weil sonst irgendwann die Menschen in diesem Land und dazu gehören auch ausdrücklich alle mit Migrationshintergrund, die empfinden diesen Staat dann zunehmend als dysfunktional. Und das ist ein echtes Problem. Das ist ein riesiges Problem. Also ein Staat, der von seiner Bevölkerung oder von, sagen wir mal, nicht ganz unwesentlichen Anteilen der Bevölkerung nicht mehr ernst genommen wird, der hat ein riesiges Problem. Diese Sorge kann ich vollständig teilen. Also eine gut funktionierende Demokratie kennzeichnet sich nicht schlichtweg dadurch, dass die Leute darin wählen können. Weil wählen können die Menschen in sehr, sehr vielen Ländern in dieser Welt. Ja, das sind unglaublich viele Länder, in denen irgendwie gewählt wird. Gewählt wird, ja, klar. Ja, sondern eine Demokratie beruht darauf, dass man Vertrauen in ihre Institutionen hat und dass dieses Vertrauen von der Mehrheit der Menschen auch tatsächlich gehegt wird. Das heißt also, ich muss vertrauen, dass es eine funktionierende Justiz gibt, eine funktionierende Polizei, eine funktionierende Armee. Auf all diese Dinge muss ich vertrauen können. Wenn ich darauf nicht vertrauen kann und das Vertrauen in den Staat verschwindet, dann erodiert jede Gesellschaft. Was, abschließend gefragt, Richard, was würdest du sagen? Was ist sozusagen das beste Gegenrezept? Ich würde immer sagen, man muss wirklich einfordern, dass Schulen funktionieren, dass Bildung funktioniert. Das ist so. Das ist aber ein dickes Brett. Da ist doch der Schlüssel. Ich weiß. Ja, es ist der Schlüssel. Die Antwort ist Bildung. Das stimmt. Aber es ist leichter gesagt als getan, wenn man sich damit beschäftigt. Ich habe ja mal ein dickes Buch über Bildung geschrieben. Also die Problematik ist, die Erfolge von Bildung, die zeigen sich dann auch so im Regelfall in der Gesellschaft vielleicht 20 Jahre später. Genau. Das ist ein sehr, sehr langer Prozess. Und jetzt könnte ich etwas Gutes sagen. Die Misserfolge übrigens auch. Wenn man guckt, wer in meiner Heimatstadt Solingen heute Abitur macht, wie hoch ist die Quote derjenigen, die Migrationshintergrund haben. Und das mal vergleichen mit der Zeit, als ich Abitur gemacht habe. Wie viele Menschen mit Migrationshintergrund hatte ich in meiner Jahrgangsstufe? Vielleicht zwei. Und davon niemand aus der Türkei oder aus einem muslimischen Land. Und das sieht heute alles ganz, ganz anders aus. Das heißt also, ein sehr erheblicher Teil der Bildungsintegration funktioniert. Aber er funktioniert insgesamt bei Mädchen besser als bei Jungs. Und das Wesentliche passiert ja im Grunde genommen im Kindergarten. Im Kindergarten lernt man Integration, bestenfalls jedenfalls. Sollte man lernen. Ja, finde ich. Und man lernt Deutsch, denn wenn man kein Deutsch kann, dann wird man von Anfang an abgehängt sein, hat seine Frustrationserlebnisse und dann kann man sich den Rest denken. Dann ist man raus, genau. Ja, und das Merkwürdige ist, dass wir es in Deutschland nicht schaffen, flächendeckenden Sprachunterricht in Kindergärten zum Beispiel zu machen. Und darüber diskutieren wir seit Ewigkeiten. Ich kann mich noch zurückerinnern an vor 15 Jahren, als Guido Westerwelle davon gesprochen hat, dass jedes Kind in der Schule, wenn es eingeschult wird, Deutsch können sollte. Und dass es damals überhaupt eine Debatte über dieses Thema gab, dass es Leute gab nach dem Motto, das kann man doch keinem vorschreiben, ist heute unerklärlich geworden. Also auch damals war meine Position schon, natürlich muss jedes Kind, das in die Schule eingeschult wird, Deutsch können. Und eine wichtige Voraussetzung dafür, eins meiner Lieblingsthemen. Ich habe in meinem Buch über die Bildung eine Kindergartenpflicht vorgeschlagen. Ach so, das wollte ich dich gerade fragen. Das ist nämlich wichtig. Also Kindergartenpflicht ist nichts Undemokratisches. Die gibt es in Frankreich und in Luxemburg und so weiter auch. Eine Kindergartenpflicht, dass man mit drei in den Kindergarten kommt und damit diejenigen, die aus Elternhäusern kommen, die mit diesem Staat vielleicht nicht allzu viel zu tun haben, durch die Kindergartensozialisation Teil der Gesellschaft werden und nicht mit sechs in die Schule kommen, kein Deutsch können und auch sonst wenig Vorstellungen von dem Land haben, wie es funktioniert, in dem sie leben. Also, schöner Schlusssatz. Richard, ich danke dir. Wir hören uns nächste Woche. Ja, alles Gute. Tschüss, Marc. Tschüss. Eine Produktion von M2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.